Viertes Kapitel, der Frosch. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Und Franz war wirklich angenehm. Teils dieser Halb, teils außer den. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Der Franz geht mit, wenn man nach dem Gemüse sah. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Und bis sie dann nach oben fertig. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. 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 Der Frosch. Ach, der Frosch. Ach, der Todesschreck ist groß. Der Franz schreckt so blöd. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Dierier, die Frosch. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Der Franz, ein Schüler, der Brun. Der Franz, ein Schüler, der Frosch. Personal. Unzündhaft ist der Mensch im Ganzen, wie bietet's Lähnchen dafür franzen. Nur einer war, der heimlich krollte, das ist der ahnungsvollen Leute. Natürlich tut er dieses bloß, in Anbetracht der Tabakstoß. Er war auch wirklich voll erfreut, als nun vorbei, die Ferienzeit. Und Franz, mit Schrecken wiederum, zurück muss aufs Gymnasium. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020